Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Pleasure Inc. Wir haben neue Länder infiziert. Wir haben hier Bakterien nur schwerer analysiert werden, das hilft uns auch. Und gegen Antibiotika, sodass die Forschung nicht so schnell weiter geht. Blaue Heilmittelblasen erscheinen, wenn ein Forschungsteam aus Mexiko etwas findet, zerplatzen sie ihre Forschung und die Entdeckung eines Heilmittels zu verzögern. Genau, zack. Dass die Forschung nicht so schnell vorangeht, müssen wir die Forschung sabotieren. IPRO 125 hat das Durchfallsymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Sehr schön. Wir können schon wieder weiter... Betragen wir das weiter mal. Okay. Es wird natürlich auch immer teurer. Wir haben schon eine Milliarde Menschen infiziert. Mit unserem IPRO 125. Oder 1, 2, 5. Forschung. Und jetzt nehmen wir noch einen Naga mit dazu. Die müssen ja ganz gerne auch mal auf Schiffen. Tipp. Bekämpfe für die Heilung. Die Entwicklung eines Heilmittels kann auf zwei Arten bekämpft werden. Entwickler aggressiver Symptome, um Länder zu vernichten. Auffälliger. Oder Heilmittelresistenz subtiler. Genau das machen wir ja gerade. Die Heilmittelresistenz hier weiter zu erforschen. Und das haben wir jetzt... Ne, haben wir nicht. Da kommt die Heilmittelresistenz. Entwickeln. IPRO 125 Gene manipuliert. Wissenschaftler haben synthetische Gene in IPRO 125 eingebracht. WHO-Forscher sagen, dass dieser Durchbruch würde mit Bemühungen um ein Heilmittel helfen. Okay. Das ist nicht gut. Gucken wir mal. Heilmittel... Sind jetzt bei... Boah... Knapp 50 Prozent. Das ist nicht gut. Und wir haben... Nur noch 19 Prozent gesunde Länder. 5 Milliarden sind schon infiziert. Rönland und Schweden sind noch Osten vor. Aber nicht mal lange. Heilmittel. IPRO 125 hat das Niesen-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Ja, okay. Schweden ist jetzt auch infiziert. Jetzt können wir mal wieder weiterentwickeln. weiterentwickeln. Die Forschung geht um den Weg viel zu schnell voran. Die Forschung geht um den Weg viel zu schnell voran. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber auch das schaffen wir. Es breitet sich halt immer schneller aus. Es gibt kaum noch Schiffe und Flugzeuge. Die, äh... Flugzeuge fliegen ja gar nicht mehr. IPRO 125 hat das Immun-Support-Symptome ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Okay. Und hier... Zack, zack. Wir brauchen... 30 DNS-Punkte. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich auf... ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für... IPRO 125. Flughäfen sind fast alle gesperrt. Hier in Spanien noch nicht. Es rotiert immer weiter. Wir haben schon 6 Milliarden Menschen infiziert. Das Problem ist, Grönland immer noch nicht. Neue Statistiken zeigen, dass IPRO 125 mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahin gerafft hat. Schlimmer als die Pest. Wir müssen nach Grönland. Noch irgendwie. Das Heilmittel ist zu 50% fertiggestellt. Das ist nicht gut. Absess-Symptome ohne DNS-Punkte manipuliert und weiterentwickelt. Okay. Dann wollen wir mal die Übertragung... weiterentwickeln. Das ist jetzt schon 80 Millionen Menschen tot. Aber... die sind auch fleißig am forschen. Das ist nicht gut. 60%! Oh Mann! Und wir kriegen kaum noch DNS-Punkte. Und es wird weiter geforscht... mehr Tote als durch Spanische Grippe. Neue Statistiken zeigen, dass IPRO 125 mehr als 120 Millionen Menschen weltweit dahingehaftet hat. Schlimmer als die Spanische Grippe. Das ist gut, aber... Das ist gut, aber... Trotzdem... zu 75% fertiggestellt. Ich könnte sein, dass wir... das nicht schaffen. Ich könnte sein, dass wir... das nicht schaffen. Und wir kriegen... können nicht mehr viel machen, weil wir kaum noch DNS-Punkte haben. Und Grönland ist nicht mal ansatzweise infiziert. Neue Statistiken zufolge ist... IPRO 125 die tödlichste Seuche aller Zeiten. Mehr als 300 Millionen Menschen weltweit sind daher gestorben. Schlimmer als die Pocken. IPRO 125 tötet rasant. Die Menschen in Island sterben schneller, als... neue Menschen infiziert... werden. Das ist nicht gut. Japan beginnt zu zerfallen. Das Alltagsleben in Japan steht durch IPRO 125 vor dem Zusammenbruch. Die Forschung nach einem Heilmittel beginnt zu ver- um den Kundenhof zu ver- langsamen. Zu 95% fertiggestellt wird in Kürze eingesetzt. Das ist nicht gut. Okay. Kriegen wir DNS-Punkte. Heimmittel gegen IPRO 125 fertiggestellt. Das Heimmittel gegen IPRO 125 fertiggestellt wird weltweit eingesetzt. Das ist... überhaupt nicht gut. Wir müssen die Übertragung... ...versch... äh... ...weitern. Okay. Die... ...gesunden Zahlen steigen wieder langsam. Okay. Die Infektion geht zurück. Schnupfen und Durchfall verursachen ungewollte Unfälle. Folglich sinkt die Produktivität und man setzt sich mit IPRO 125 auseinander. Das ist nicht gut. Wir haben kaum noch infizierte Leute. Und ich glaube wir werden dieses Spiel soweit. IPRO 125 wird ausgerottet. Die Welt hat eine verheerende Seuche überlebt und wird IPRO 125 bald ausrotten. Obwohl ein Großteil der Welt vernichtet wurde, werden die Überlebenden sie wieder aufbauen. Okay. Es gibt keine Infizierte... ...mehr. Wir haben verloren. Niederlage IPRO 125 ist ausgerottet worden. Okay. Seuche ausgerottet. Zeit... ...360 Tage. Heilmittelforschung 100% leider. Seuchentyp Bakterie. Gesamtbewertung... ...950. Was auch immer das heißt. Meine Bakterie genannt IPRO 125 wurde gerade in... ...360 Tagen ausgerottet. Schwierigkeit normal. Okay. Ja, das... ...war es dann auch schon. Wir werden wir im Hintergrund noch sehen, wie sich die Welt infiziert hat. Schade. Hat nicht funktioniert. Es sind... ...nur... ...drei Milliarden Menschen tot. Und drei Milliarden Menschen sind gesund. Also wir haben die Hälfte der Weltbevölkerung ausgerottet. Über die Hälfte. Okay. Das können wir besser... ...beenden. Und wir gehen gleich weiter... ...mit einem neuen Spiel. Wir können... ...noch immer noch Bakterien. Jetzt nehmen wir mal die Affengrippe. Fortfahren. Wir haben immer noch keine Gentypen... ...die wir da... ...auswählen können. Aber... ...gehen wir zum nächsten Mal. Wir hätten doch einen Gentyp, den wir auswählen konnten. Warum können wir den jetzt nicht mehr auswählen? Okay. Fortfahren. Wieder normal. Und wir... ...starten ein neues Spiel. ALZ. Das klingt gut. Nehmen wir. Deine Wahl, Affengrippe. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln... ...und dich auf der Welt ausbreiten. Lösch die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Startgebiet wählen. Hatten wir alles. Wir fangen mal an. Fangen wir mal an. Hier in Südafrika. Fangen wir an. Infizieren. Infizieren. Patient Null. Erst Menschen sind infiziert. Status schwach an hohen Temperaturen... ...gewöhnt. Und DNS-Punkte weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Ja. Das kennen wir schon alles. Das machen wir auch weiter so. Warnung. Affengrippe-Virus wurde identifiziert. ALZ 135 ist ein genetisch modifizierter Virus aus einem Gen-Sys-Labor. Die Affen haben die Intelligenz erfolgreich gesteigert. Bei Affen hat es die Intelligenz erfolgreich gesteigert, wurde aber noch nicht an Menschen getestet. Wir haben ein neues Gen-Sys-Labor getestet. Biosarznei in Südafrika. Die Biotechfirma Gen-Sys hat eine bahnbrechende neue G-Therapie für Alzheimer vorgestellt. Teststudien an Menschen beginnen, sobald Affenversuche in Südafrika abgeschlossen sind. Das kennen wir. Die Tipps. Noch glauben die Menschen, dass sie ein Heilmittel erfunden haben. Aber wir wissen es besser. Entsafter aus drei Dick-Lückern löscht Massenpanik aus. Neuer Roboter Entsafter nach Ruhe einbricht. Okay. Interessiert gar nicht. Als hätte das Parasymprom. Man! Ohne den S-Punktur mutiert und weiterentwickelt. Ok, es hat hier irgendwas, ein Symptom weiterentwickelt, dass hier ein paar Grüns ist. Ok, dann fangen wir mal an. Machen wir mal mit Händeschütteln. Körperkontakt. Und natürlich auch über Luft. Wir sollen ja miteinander sprechen. Du hast ja eine Krankheit mit den Esspunkten. Ja, machen wir. Haben wir, wissen wir. Kennen wir schon aus dem letzten Spiel. Südafrika von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmend. Du kontrollierst die solche indirekt, indem du sie weiterwickelst. Ja, auch das kennen wir alles. Südafrika. Langsam neues Tierhaltungsgesetz in ländlichen Gebieten. Ländliche Gebieten werden durch neue Regeln für Transport, Hygiene von Nutztür und weniger anfälliger für Krankheiten. Schade. 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 1. 1. 3. 1. 1. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 7. 6. So, Afrika wird langsam infiziert hier unten. Aber es hat sich noch nicht weiter ausgebreitet. Episataxis-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Ja, okay. Was heißt das denn? Entschuldigung. Hm, also. Oh, Husten. Vielleicht bin ich auch infiziert. Blut von den Hasen. Der habe ich noch nicht. Das ist gut. Da bin ich ja noch beruhigt. Oh, nach USA hat sich das entwickelt. Rote Infektionsplasen erscheinen, wenn du neue Länder infiziert hast. Ja, auch das wissen wir. Jetzt, da sich ANS auf der Welt auszubereiten beginnt, verwendet das Weltdatenmenü unten rechts, um zu sehen, welche Länder noch nicht infiziert sind. Ansteckend als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. Gehen wir mal weiter auf Übertragung, beziehungsweise auf Fähigkeiten. Ja, wir wollen mal Affenrevolution. Wir starten. Einmeldung. Affenausbruch in Südafrika. Aus einem Affenquartier in Südafrika sind mehrere Affen ausgebrochen und zu stöhnen. Ein Gensyslabor verursacht Chaos in der Stadt. Die Behörden konnten sie nicht einfangen und die Affen sind entkommen. Gut, also das Labor ist, wo das entwickelt wurde, ist Geschichte. Und kann wahrscheinlich auch kein Gegenmittel da mehr hergestellt werden. Affen verbessern die Verständnis des menschlichen Verhältnisses verringern die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung durch Menschen. Das ist doch gut. Machen wir das doch. Behörden finden ALZ 135 infizierte Affen bei der Entwicklung vom Affenausbruch in Südafrika haben. Die Behörden haben festgestellt, dass Affen mit unbekannten Virus ALZ infiziert waren. Ursprung der Krankheit ist unbekannt. Okay. Ah, das ist auch noch. Okay. ALZ 135 verbreitet sich bei Menschen. Die Diagnose Team in Afrika hat festgestellt, dass ALZ Menschen und Affen infiziert, schwere Symptome und weltweite Ausbreitung unbekannt, ob Affenvirus am Menschen übertragen. Okay. Das ist gut, weil das ist auch das Ende für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Und tschüss.